Grüß Gott, liebe Kinder, liebe Familien! Von Zeit zu Zeit werde ich auch eine Videobotschaft für euch, liebe Kinder, liebe Familien, auszeichnen, so dass ihr mich per Video erleben und hören könnt. Vor zwei Wochen hat euch Pate Bernhard über den Missionssonntag erzählt. Pate Bernhard und ich sind beide Missionare von der Heiligen Familie. Als Missionar von der Heiligen Familie besitze ich auch eine Sultane, ein Missionarskreuz und auch einen Missionarsgürtel. Aber den Missionarsgürtel habe ich heute nicht. Warum? Als ich dann am 21. Mai 2005 zum Priester geweiht wurde, da habe ich leider körperlich zugenommen. Und jetzt ist mir der Gürtel leider zu eng. Also muss ich mir einen neuen Missionarsgürtel wieder kaufen. Am 21. Mai 2005, als ich zum Priester geweiht wurde, habe ich mir folgenden Prämiensspruch ausgewählt. Ich lese das Wort. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zu Ruheplatz am Wasser. Er weidet mich auf eine grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Psalm 23 Dieser Prämiensspruch zeigt mir. Jesus, der gute Hirte, ist auch immer bei mir. Gerade so wie bei den Lämmern und Schafen. Bei den Hirten, Jesus, fühle ich mich immer sicher. Darum möchte ich für euch dieses Lied singen. Gleich kennen Sie das Lied. Du bist immer da. Du bist immer da. Wo ich stehe, bist du da. Wo ich gehe, bist du da. Du bist oben im Himmel, bis unten auf der Erde. Wohin ich mich wende. Wohin ich mich wende. Du bist an jedem Ende. Du bist immer da. Wo ich lege, bist du da. Wo ich sitze, bist du da. Du bist oben im Himmel, bis unten auf der Erde. Wohin ich mich wende. Du bist an jedem Ende. Du bist immer da. Du bist immer da. Wenn's mir gut geht, bist du da. Wenn's mir schlecht geht, bist du da. Du bist oben im Himmel, bis unten auf der Erde. Wohin ich mich wende. Du bist an jedem Ende. Du bist immer da. Wenn's mir gut geht, bist du da. Wohin ich mich wein. Du bist an jedem Ende. Du bist immer da. In der Schule bist du da, auch zu Hause bist du da. Du bist oben im Himmel, bist unten auf der Erde, wohin ich mich wende. Du bist an jedem Ende, du bist immer da. Dann wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Und ich grüße euch alle. Bleibt ihr alle gesund.